Ein Forde-Cosport ist hier zum Verkauf angeboten. Der weißfarbene SUV ist 5 Thürich, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Tempomat und vieles mehr. Der Benziner überträgt eine Leistung von 125 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 17.439 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.